so claudy was hast du da mal gemacht warum hast du jetzt deine deichsel in der hand die gehört doch daran ich bin ja auch nicht der bauer ich bin der erbauer der bauer hat diesen scheiß weg sie hat den firmen schweben lassen und trotzdem ist es gebrochen und was landen wir jetzt da raus marco frisch am bauch ja nächstes mal anders machen ja eigentlich habe ich letztes mal auch schon gesagt ja